Ehrlich vor Hallo Leute, hier kommt das zweite Video zum Thema, ja, Clash of Clans Deutsch in den Suchbegriffen. Nein, 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 nicht wegdrücken, nicht wegdrücken. Es geht darum, ich will meine Meinung, die sich in Bezug zu dem gesamten Thema doch etwas geändert hat, beziehungsweise ich habe einfach darüber auch mehr erfahren und das möchte ich mit euch kurz teilen. Erste Sache grundsätzlich, Fred ist nicht schuld. MrMobileFanboy, der Kanal selber hat nichts in Meinung. Absolut nichts falsch gemacht, er hat es wirklich einfach nur, wie zum Beispiel Edisiacs eben auch gezeigt hat in seinem Video, er hat halt richtig getaggt und es ist vollkommen in Ordnung, er hat es einfach verdient. Sieht fertig aus, weil, ich zeige euch jetzt auch warum. Ich habe ja zu dem, ja, Hashtag fair aufgerufen und das machen wir jetzt mal. Und ja, das ist hier einfach mal der Beweis, dass er nicht irgendetwas veranstaltet hat oder irgendwie gemacht hat, wie auch immer, dass er immer komplett oben ist, immer in der Suchanfrage oben. Ihr seht jetzt, hier sind wirklich fast nur meine Videos und Sir Min, der eben auch fair genutzt hat. So, und ansonsten hier eben auch, hier, ihr seht es selber, Speedy, HD, AB, COC, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall von ihm eben auch. Ansonsten hier, guckt euch den Channel an, hier, ihr dürft ihn gerne abonnieren und 1000 Abonnenten darf er an einem Tag bekommen, er hat es bestimmt verdient. Nee, also, das ist einfach wirklich der Beweis. Fred hat damit, also, der hat nichts Falsches gemacht oder sowas. Es ist einfach wirklich so, es war berechtigt und fertig aus. Wollte ich einfach wirklich abschließend nochmal dazu sagen, weil, wie gesagt, ich habe es ja auch gesehen, dass Fred da eine Menge Hate einstecken musste, beziehungsweise Mr. Mobile Fanboy, der Kanal an sich. Und, wie gesagt, auch, wie ich im ersten Video gesagt hatte, es geht nicht darum, hier, Fred und Matthias, was sind das für Lappen oder sowas. Absolut gar nicht. Nicht ansatzweise nie. Und, wie gesagt, hier wirklich nochmal das als Beispiel wirklich, er hat definitiv nicht irgendwie an den Suchanfragen oder sowas irgendwie manipuliert oder sowas. Es war halt einfach wirklich so, sind wir ehrlich, guckt euch das an und das muss sich, hier, hier, gucken wir jetzt nochmal, ohne jetzt Donjon zu haten. Also, genau so. Also, ich habe ja seine Meinung genauso unterstrichen oder beziehungsweise genauso geteilt. Jetzt gucken wir wirklich nochmal kurz in die Videos rein. Hier sehen wir Clash of Clans Deutsch. So, und jetzt gucken wir aber wirklich mal, ich sage jetzt mal, zwei, drei Wochen, nächste Sache, zwei, drei Wochen. Das ist nun mal so. Fred haut natürlich jeden Tag mehrere Videos raus. So, hier, Clash of Clans, schön, wo ist das Deutsch? So, Clash of Clans, wo ist das Deutsch? Hier ist mal das Deutsch, aber, hm, so. Und dann ist klar, ich meine, davon lebt der YouTube-Algorithmus, der Suchalgorithmus. Und wenn man den halt eben in dem Fall dann, wie wir halt alle, nicht richtig gemacht haben, gut, dann passiert sowas halt. Klar. Also, von daher, nochmal abschließend, Fred ist unschuldig. Da, das wollte ich einfach nochmal wirklich gesagt haben. Und so seht ihr halt wirklich, ja, wie es läuft. Beziehungsweise, wie der YouTube-Suchalgorithmus zu verstehen ist. Und somit war's das. Reingehauen. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao.